Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit Abos und Freunden. Mit dabei ist die Niki. Hallo. Der Herr Blaze. Der nicht sagen darf. Hä? Hä? Achso, du hast mich abgewürgt. Ja, klar. Und der stinkende Mief. Ne, ich hab ihn abgewürgt. Nein. Wir spielen Stürmer Ezreal, Mr. Mundoverse, Ximtzao, Morgana und die Schneehässchen Nidali. Gegen Steven, ist vor. Ash, Zed, traditionell die Zinn und Darius und Leona, sehe ich das richtig? Ja. Oh, du hast auf dem deutschen Client. Yep. Pui. Richtig geil. Schneehässchen. Hat der eigentlich geschmust vorher? Kommt dieser Bokardstiebanz? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Du Kapitanz. Egal, Blaze, was wolltest du sagen? Nö, das hab ich schon wieder vergessen. Das ist das Alter. Ich wollte eigentlich fragen, wer von denen mitgespielt, aber das wird wahrscheinlich Zed sein, ne? Ja. Leona, weiß ich nicht. Ach, egal. So, Nidali heilt mich sowieso nicht. Hä? Wenn ich Heal hab, heil ich dich. Wenn es dann so weit ist. Ja, genau, mit Level 4 oder was du das machst, ne? Ja. Aber der Heal ist halt nix wert, bis zum Bescheid. Ja, bis du Level 20 bist. Invaid! Oh ja, schau mal, wir haben schon verloren. Level Invaiden! Warum? Erst wenn er uns sagt, wo er her ist. Vorher invade ich nicht. Oh nein. Ein Spanier. Ach du Schan, die sind fast so schlimm wie die Franzosen. Also nichts gegen Spanier und Franzosen hier, ne? Aber, ähm, ja. Wollen wir das wirklich machen? Ja, ja. Den Raiden jetzt deren Red. Sag mal, äh, Steele, bist du Morgana, weil du äh, Rathamund so oft Morgana spielen gesehen hast? Ne, weil ich zu doof bin, das Spiel zu lernen. Morgana ist aber nicht so einfach. Spricht aus Erfahrung. Spaß, ja. Maul, Niki, Maul. Wie rum rennen wir jetzt? Links oder rechts rum? Weiß ich nicht. Links rum? In nem Busch? Auf geht's! Wen haben die denn? Lie? Stehen wir hier echt grad zu fünft rum? Lie kann auch Blue machen, ne? Ja, das ist doch richtig so. Wir müssen hier so rumstehen, das ist, ähm... Das ist in Rehidener. Dafür wären wir bezahlt. Ja, wir kriegen zwar keine Erfahrung, weil wir nicht rechtzeitig unten sind, aber hey. Genau. Dafür kriegen wir einen Kill vielleicht. Wie lange bleiben wir jetzt hier stehen? Also, jetzt los, okay. Und dann ist er nicht mal hier. Ich guck mir noch zwei Tränke mehr kaufen, ist auch schön. Ja, jetzt sind wir natürlich outfarmed levelmäßig. Warum lässt er den eigentlich da stehen? Na, egal. Sieben, so ganz zwei außenrum musst du nicht rennen. Du hast es natürlich schwer damit, denn der hat kein Mana. Denk dran. Ach, guck mal, jetzt sucht Lee gerade seinen Red und ist nicht da. Geht er mit sicher zu unserem Red. Nein, stirbt nicht. Ah, ich hab's gekriegt. Guck mal, der heißt auch Steven. Ich glaube, es sind zu viele Creeps, wir müssen ein bisschen Schaden dran machen, weil sonst sind die gleich am Tower. Ja, ich hab's doch nicht. Ich mach das schon. Mama? Okay. Jaja, das bin ich ja gewohnt von dir. Nee, das war jetzt wirklich, ich wollte eigentlich dazwischen, aber die Hitbox ist ein bisschen komisch. Das war das gewesen. Beschwer dich bei Riot. Beschwer dich bei Riot. Oh, 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 oh. Ciao. Du triffst doch einhäulich, oder? Sag ja, Hitbox. Komisch. Beschwer dich bei, ach so. Nicht verbluten. Nicht verbluten. 21 KB. Oh, 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 oh. Er hat diesen Pinkwort in den eigenen Busch geschleppt. Kann sein, weiß ich nicht. Und wieder. Ich komme zwar oben nicht zum Farmen, aber dafür habe ich schon drei Assists. Was war das denn jetzt gerade? Wollte ich nicht, ich wollte eigentlich E drücken. Top-Lane ist miss. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Also, das Spiel gerade. Ich habe sie getroffen, siehst du? Durch, creeps durch. Egal, wenn die Spirik jetzt nicht treffen, kommen sie gleich und treffen. Da kommt was, da kommt was. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich müsste jetzt weggegangen, ich wollte ihn entzünden. Wort hast du nicht, oder sowas, ne? Naja, gleich. Gehst du Z-Helfen, ne? Ja, äh, gegen Z. Gegen Z-Helfen. Auch schlecht. Ash kommt da hoch, Vorsicht. Ah, ne, kommt wieder zurück. Genau, wir haben die Autospiere, die sind vielleicht besser. Ja, aber selber, ne? Oh, schon wieder so knapp weggekommen. Nein! Ich bin tot. Oh, dass hier gerade Dings da war. Such mir unbedingt. Die Schere sind so geil heute. Ja, endlich! Habt ihr da unten Spaß? Wir haben richtig viel Spaß. Schade, dass ich noch nicht Level 6 bin. Fehlt leider ein halbes Level noch. Wenn ich jetzt ein Kill gekriegt. Oh, es kommt da, ne? Läckeres. Ah! Ah! Was macht der Lee denn jetzt noch da? Ach, der nimmt ja. Mit deiner Hilfe hätte er die beide gekillt. Ohne. Ja. Ich wusste nicht, dass er noch ran geht. Ich brauche Mana, ich brauche Mana, ich brauche Mana, ich brauche Mana. Aber du Chicken. Du haust ab. Ah! Und jetzt stirbst du ohne irgendwie was. Nein, sterbe nicht. Jetzt kommt Ash. 6, klick. Das ist deine reine nächste Seite. Jetzt ist es 6. Ja. Ja, okay. Wo ist Ash hin? Keine Ahnung. Lass mal auf in der Mitte nicht, dass Ash da gleich hochgelaufen kommt oder sowas. Jo. Ah ne, da unten ist er noch. Einfach nur göttlich. Kann wenigstens dodgen. Ja. Oder auch nicht. Unser Ward ist weg. Oh, der Gegner wurde getötet. Oh, der hat mich noch hingerichtet, die Sau. War ja Jungle nicht mal schlecht, ne. Das ist schon gut. Passt doch. Passt, ja. Ja, muss ich auch sagen. Ich war zu langsam. Da oben, der Turm war schneller weg. Oh, shit. Oh, shit. Brausch mit. Ich hatte doppelt, doppelt, äh, Flash. Kein Problem. Ach, der Lee, der Lee kommt auch noch. Jetzt haben wir gleich volle Hütte hier unten, oder? Oben ist auch Mist. Oben ist auch Mist. Mhm. Oh. Hab ich gesehen. Ich mach das so. Ich hab mich zweimal zum, zum Treffen hingestellt. Ich glaub dir die Kills. Ja. Weg. Na, die Porten auch. Irgendeine Porte bei denen aber doch nicht. Na, ist egal. Ich muss auch zurück. Ich brauch, äh... Ich brauch, äh, Sachen. Ganz viele leckere Sachen brauch ich. So, ich brauch, äh, hier das brauch ich noch. Unsere Mogana lebt doch. Ja. Sagt die, wie, kein Mess an oder so. Oh, drei oben. Ist das mies. Das ist nicht schön. Scheide, das war er nicht. Das ist was schön, dass du mit deinem Maler umgehst. Jetzt hast du nichts mehr zum Kämpfen mit mir. Das Maler muss weg. Das war's wert. Ein Support für, äh, mit. Ich komm hier nicht mehr Leben weg, glaub ich. Ja, brauchst du da nicht. Wo ist der Hill? Sehr, sehr schnell. Nicht schnell genug. Au. Wo ist der Hill? Na, wo ist er denn? Gibt mir einen, äh, einen Roundhouse-Kick, ne? Und ist auf einmal weg. Roundhouse-Kick. Na, wo ist er denn? Oh, die Esch ist so schlecht. Was ist denn das für ein Path-Finding? Ja, bestell dich mal bei Riot. Ist nicht witzig. Doch, ist es. Ist nicht witzig. Ja, jetzt kommt ein Stunt, ne? Bisschen spät. Besser spät als nie. Naja, wenn du was gestunt hättest, ist okay. Mein Motto war ein Lebenslagen. Aber du hast ja nichts gestunt. Ja, die Luft da hinten vielleicht. Leucht. Sterbe, sterbe. Passiert schon mal. Wie lange willst du mir noch folgen? Bisschen will er noch. Ein kleines, kleines bisschen. Bisschen. Einer geht noch. Einer geht noch, ein. Oh, nö. Oh, das ist aber doof. Das ist jetzt echt doof. Was machst du da? Ich verfolge den hier. Jetzt wird's aber Zeit. Ich find's lustig. Gerade. Boah, warum nicht? Oh, nein. Oh, nein. Nein. Bleib stehen. Nein. Nein, hat sie mich denn geklaut. Schlampe. Ey. Wie soll ich ausdrücken? Stimmt. Keine bösen Wörter. Warum hilfst du mir nicht, Niki? Im Router kann man nicht mehr helfen. Ne. Ich sterbe jetzt auch noch wegen dir. Warum hilfst du mir nicht noch? Was ist eigentlich mit unseren Lee Sin hier? Äh, mit unseren, ähm, Lee Sin. Klingt sau. Er mag dich nicht. Achso, der mag mich nicht. Achso. Na gut. Wenn das so ist. Schlampe los, Zeit. So stehen, überlegen, welchen Spell muss ich jetzt drücken. Kommt der jetzt da raus, oder nicht? Jetzt ist aber auch schön mit dem Morale. Du musst abschätzen, ob der Gegner jetzt da hinrennt, oder wohin er rennt, oder was er macht. Ich muss das mal wissen, ob er es nicht ist. Ruther, du bist da? Ich bin hier. Du auch? Ich werde mit seinem Turm stehen immer gar nichts mehr. Ich werde hier immer gemopft. Und dann klaust du mir den Kill jetzt wieder. Dem Mundo. Mach ihn langsamer. Okay, dann killen wir halt den, ist egal. Oh nein, jetzt rückt er mich noch um, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Komm her, komm her, du Sau. Du bist ja nicht tot, Mundo. Nein, ich bin Mundo. Du stirbst gar nicht. Wo bist du denn? Mundo kann nicht sterben. Vielleicht kommt wieder der Speer auf Doom. Der Speer auf Doom kommt gleich. Ja, hab ich gesehen. Aber ich hab gesagt, weil er nicht tot war. Also ich hab's gehört, nicht gesehen. Ach, mir fällt schon wieder nur Blödsinn an. Es ist einfach zu spät. So spät ist doch gar nicht. 3.34 Uhr, hey. Hull dich den großen Mundo. Ach du. Große. Für mich drück ich das am besten jetzt auch mal zu. Scheiße, scheiße. Ich hab's doch schon. Ich hab's doch schon. Ich hab's ja, ja. Der hat einen Kill. Der hat einen Kill. Wer hat einen Kill? Morgana. Morgana hat einen Kill. Scheiße. Mit Morgana geh ich immer mit einem Kill raus. Mehr Kill ist dann besser. Ihr lasst es wir bei einem. Ich wollte gerade sagen, ey. Jetzt überhetzt mich, Willi. Oh, Jungs, Hilfe. Hier unten. Morgana, los. Stun. Stun. Morgana. Oh Mann. Ich schläft die Morgana hier. Ja, ab und zu. Jetzt auch Ulti drücken können wir, egal gewesen. Ich bin nur wegen dir gestorben. Bundo kann nicht sterben. Ja, kann er auch nicht. Oh doch. Ab und zu. Ja, endlich. Oh mein Gott. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das gibt's wohl. Da trifft er den Stun. Was ist denn da los? Natürlich. Autschen, Autschen, Autschen. Der Stun hat auch getroffen. Nur das Falle schon, leider. Ja, leider. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Fuck, wala, leider. Wann? Ach, warum? Immer auf mich geht der Scheiße. Wie seltener immer. Und wir würden nicht sterben. Jetzt kann ich eigentlich mal einkaufen bei 4.500 Münzen. Und Xen rennt die ganze Zeit einen da rum. Du warst auch gar nicht einkaufen. Was ist das? Oh mein Gott. 51 Stunden. Das hab ich gerade nicht gehört. Ich war zu faul, den Weg zu laufen. Du sollst ja nicht laufen. Du rückst weh. Ich weiss. Aber trotzdem. Das ist eine Bewegung mehr. Was macht der Xenler? Nimmt der jetzt alle drei auseinander? Das schafft er nicht. Das schafft auch er nicht. Ach, ist der wieder da? Ja, ja. Der ist wieder da, ja. Aber das find ich gut. Auf Minute 22 und Morgana hat ein Dorans Ring. Ja, er hat mich einkaufen. Aber das ist knapp. Irgendwann mach ich mal eine Challenge. Da spiel ich nur mit Dorans Ring bis zum Ende. Aber ist mein Level 30. Nee, da lass ich mir Zeit mit. Dann wird's auch nix mit Challenger. Ist der ja ein Red da? Ja, samt. Ja, mit Kill. Also hast du beides bekommen. Ja. Nee, Red hat er jetzt. Man kriegt Red nur im Doppler. Fuck. Ja, nur mit Kill, ne? Nee, nicht der schon wieder. Diesmal nicht. Ich hau einfach ab. Oh, da kommt ein Pfeil angelaufen. Der ist aber auch nervig, ey, der Kerl. Dass er immer auf mich gehen muss. Da kommt ein Pfeil angelaufen. Soll ich bei dir laufen? Nein. Boah, wie alle, die low HP sind, oder? Wie alle, was? Wie alle low HP sind von denen. Das Team hat einen Turm zu stößen. Spär auf Doom. Und Aks, die kommen auch noch hinterher. Einkaufen. Und pushern. Wir pushen hier, die ganze Zeit. Oh nein, Zett. Ich bin weg. Lauf, 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 lauf. Ach, ich hab doch dicht, du stunst doch. Und gibst mir ein Schild und sowas. Ja, ich jetzt. Oh Mann. Du hast so lange Ablegenzeit. Nein, nö. Geht eigentlich. Jetzt wird's aber Zeit. Oh, ich push mal weiter. Oh. Sorry, aber du bist tot. Will ich auch mal so sagen. Das war, weil du einkaufen gewesen bist. Ja, ich darf nie mehr einkaufen gehen. Das machst du auch noch, ne? Was? Nie mehr einkaufen gehen? Ja, ab jetzt immer. Ximt pusht es mal schön weiter. Wo ist hier unten? Der Ding ist ja, da ist er. Okay. Okay. Jetzt wird's Ximt da ja aufs Maul kriegen, da oben. Könnte möglich sein. Oder er verteilt ein paar Schellen. Komm, ich. Dreifach-Tötung. Quadra-Kill. Panda-Kill. Nein, er ist tot. Aber dann kommt Niki und macht einen Blutrausch. Das sind jetzt sogar kein Blut da. Was ist denn das für eine Frechheit? Ein anderes Mal bitte. Nicht heute. Ach, hier. Ich muss doch wohl sterben, oder? Ja, geht doch. Mein Gott, hat das Mana gekostet. Was? Nein, der Z kommt. Das sieht so ein bisschen gewonnen aus, gerade. Auch nur so ein bisschen. Dexin hat's gemacht. Quatsch. Dexin stirbt noch so schlecht wie er ist. Schöne Ulti. Der Tower attackt mich. Nein. Der kippt mich nochmal. Jetzt tun wir das mal so klar. Das kam verdammt unerwartet. Dankeschön. Ja, dafür verreck ich. Es ist ja... Stunning. Du musst ihn nicht umdrehen und stun. Ja. Stun ist aber am Reload, weil ich gerade Blaze noch retten musste. Rappen. 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 Rappen musste. So, ich habe mir erstmal jetzt meine... Dreinigkeit, meinen Blutduster und auch eine große Klinge gekauft. Meinst du, das brauchst du noch? Oder bist du zu schnell da? Ich hatte 4000 Gold. Was soll ich machen? Ich habe auch zweieinhalb. Ich war aber tot. Warum bist du tot? Ja, weil der Z auf mich ging. Ja. Und ja, ich glaube, ich brauche das noch. Ich brauche nur 10 Sekunden bis zu Ulti. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, danke. Was? Lauf gerade runter, lauf gerade runter. Ich leb noch. Ah, die Leona. Nein. Ich leb noch. Komm, ein bisschen weiter, komm, ein bisschen weiter. Ich komme, ich komme, komm. Nein. Scheiß Creeps. Ach nee, das war Xin. Oh Mann, ey. Gewonnen. Ja, habe ich schon sie gekillt. Ich habe mit Leona gekämpft. Ciao. Oh, ciao.